Russische Aktien und ADRs. Sie sind gesperrt, man kann sie nicht verkaufen, so dass viele Anleger sagen, es macht doch alles keinen Sinn, die kann man jetzt wirklich nur noch abschreiben. Aber das stimmt vielleicht nicht ganz. Es tut sich ein bisschen was, es passieren ein paar interessante Dinge gerade und die sollte man auch wissen, wenn man betroffen ist. Aber es ist immer noch Superwahljahr 2024 und eine von den spannendsten Wahlen, das war jetzt die in Russland. Nervenzerfetzen, ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Wladimir Putin und, ja, gut, wem eigentlich? Also wenn Sie mir hier spontan einen Gegenkandidaten nennen können von ihm und den hier reinschreiben können, dann kriegen Sie von mir sofort eine Gratis-Ausgabe von Heinrichs Hauspost. Aber nicht schummeln. Aber wie auch immer, Wladimir Putin, er hat natürlich so haushoch gewonnen, da kann man wirklich nur noch gratulieren. Und damit sind wir jetzt ja sowieso schon spät dran. Charles Michel, der EU-Ratspräsident, der hat ja schon Tage vor der Wahl gratuliert. Und Xi Jinping und Kim Jong-un, die haben natürlich auch schon gratuliert. Und Maduro aus Venezuela und Ortega aus Nicaragua, Erdogan, Hans-Thomas Tilschneider von der AfD. Bei Gerhard Schröder wissen wir es nicht. Aber wer natürlich nicht gratuliert hat, das waren zum Beispiel Olaf Scholz und Joe Biden. Aber schöne Geschenke gab es trotzdem. Da lassen wir uns, da lässt sich der Westen natürlich nicht lumpen. Zum Beispiel unverschlüsselte Militärbesprechungen von der Bundeswehr. Dann EU-Agrarzölle für die Ukraine, weil sonst könnten die sich am Ende ja noch selber Munition kaufen. Und natürlich auch nach wie vor keine Militärhilfen für die Ukraine aus den USA. Da kann Wladimir Putin wirklich nicht meckern. Das sind schon ganz andere Geschenke als Schnaps und Hundewelpen. Also das, was er sonst immer so kriegt. Und ich habe es ja neulich schon gesagt in einem Video hier, so schlecht steht Wladimir Putin im Moment nicht da. Weder militärisch, noch wirtschaftlich, noch außenpolitisch. Er steht jedenfalls zigmal besser da, als das vor zwei Jahren viele gesagt haben und prognostiziert haben. Wie stehen die Anleger da? Die, die russische Aktien haben oder ADRs, die stehen jetzt nicht wahnsinnig gut da. Erst sind die ja alle vom Handel ausgesetzt worden. Dann hat Putin auch noch gesagt, die ADRs, die werden jetzt abgeschafft. Die müssen eingetauscht werden in russische Originalaktien. Eine Reaktion natürlich irgendwie auch auf westliche Sanktionen. Quid pro quo, Wladimir, so ich dir. Und dann ist natürlich die Panik hier losgegangen. Ich habe es ja auch oft behandelt damals. Man hätte ja bei den Sponsoren, bei den Banken, die die ADRs rausgegeben haben, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of New York, Mellon und so weiter, da hätte man die natürlich schon eintauschen können. Aber dann hat man ja als Anleger überhaupt erst mal gemerkt, die sind von Clearstream gesperrt worden. Und auch wenn sie mal kurz nicht gesperrt waren, aber man hat für seine russischen Originalaktien dann ja immer noch keine russische Verwahrstelle gehabt. Und viele haben dann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und sich dann so ein Konto besorgt. Und manche haben es dann eben auch geschafft, dass sie die ADRs oder die Aktien da dann auch draufkriegen. Viele haben es aber nicht geschafft. Auch weil sich dann auch die Broker komplett quergestellt haben in vielen Fällen. Aber auch wenn man es dann geschafft hat, naja, man kann die Aktien ja jetzt trotzdem nicht verkaufen, weil man aus einem feindseligen Staat ist. Und das Ende vom Lied ist jetzt, jetzt ist eben alles wieder gesperrt und die Übertragung und Umtausch und sowas, das geht jetzt alles nicht mehr. Und die Bücher sind zu. Und entweder hat man jetzt eben seine Originalaktien, die man aber nicht verkaufen kann. Oder man hat eben noch die ADRs und die ADA-Banken haben dann eben noch die Originalaktien. Aber die können sie natürlich auch nicht verkaufen, weil die sind ja auch aus feindseligen Staaten. Und jetzt kommt noch was dazu, weil als Russland damals gemerkt hat, dass das mit dem Umtausch hier im Westen nicht klappt, dass das da von den Institutionen blockiert wird zum Teil, da haben sie angeboten, dass man das alles umgehen kann. Und man muss eben nur dann nachweisen, dass man die ADRs hat und die Originalaktien sind einem dann in Russland gutgeschrieben worden oder von Russland. Das war vielleicht ganz nett gemeint, aber dann war natürlich komplett Chaos, ist auch klar. Weil die ADRs, die hat man dann ja immer noch im Depot. Und die Banken, die wissen dann aber nicht, hat der Anleger da jetzt seine Originalaktien schon gekriegt auf dem russischen Weg oder hat er noch Ansprüche bei uns? Und letztes Jahr haben sie irgendwann dann auch mal gesagt, sie haben jetzt eben nicht mehr den vollen Zugriff auf alle Originalaktien und können eben auch nicht mehr garantieren, dass das hundertprozentig alles erfüllt wird, die Ansprüche. Und spätestens da haben natürlich viele Anleger dann gesagt, mir reicht es, ich denke über das Zeug jetzt gar nicht mehr drüber nach, weil das Geld ist ja sowieso alles weg. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Es sind noch ein paar andere ganz interessante Sachen passiert in letzter Zeit. Und dazu hat es neulich von mir schon eine Hauspost gegeben und auf die hat es dann eben auch sehr viele Rückmeldungen gegeben und auch viele Fragen. Und da habe ich dann gemerkt und mir gedacht, aha, das Thema ist wohl für viele eben doch noch ziemlich akut. Und ich habe sie vorhin veräppelt hier. Die Hauspost ist selbstverständlich immer gratis. Was bin ich für ein Schelm? Und Sie kriegen sie auch ganz einfach auf www.heinrichs-hauspost.de und in der neuesten Ausgabe, da geht es zum Beispiel um vier Aktien aus dem Goldminensektor. Die können Sie dann auch gleich lesen. Aber viele Zuschauer hier haben natürlich die Hauspost eben noch nicht und darum jetzt eben auch dieses Video. Das ist jetzt sozusagen die Verfilmung davon, live und in Farbe. Magnit. Magnit ist eine riesige russische Supermarktkette, wo auch viele ADRs davon gehabt haben. Und die haben im September für 500 Millionen Dollar eigene Aktien zurückgekauft und zwar von den ausländischen Anlegern. Und das ist von Russland auch genehmigt worden. Und die Anleger, die sind dann sogar ausbezahlt worden in Euro und in Dollar und nicht in Rubel. Das war also ganz plötzlich für die Anleger ein Durchbruch. Es hat aber auch einen Pferdefuß gegeben. Der war das Kaufangebot, das war 50 Prozent unter dem Aktienkurs in Moskau. Und dann ist nochmal eine Sondersteuer draufgekommen von 10 Prozent, sodass die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger gesagt hat, der Kurs wäre eigentlich 12,08 Euro gewesen, aber die Anleger haben nur 4,85 Euro gekriegt. Und trotzdem haben natürlich fast alle mitgemacht. Und die ADA-Bank, die hat das Ganze auch mitgemacht, weil es ist natürlich besser als nichts. Es ist eigentlich fast sogar schon eine Win-Win-Situation in der momentanen Lage. Die einen kaufen billig ihre Aktien zurück und haben keine nervigen westlichen Anleger mehr und die anderen kriegen Geld raus, mit dem sie gar nicht mehr gerechnet haben. Und ich halte es für möglich, dass das jetzt Schule macht. Das haben wohl einige andere Unternehmen auch schon beantragt, dass sie das auch jetzt so machen wollen. Zum Beispiel Look Oil, der Ölkonzern. Und zwei Monate später hat Putin dann auch einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach demselben Muster eigentlich. Also ein Abschlag von mindestens 50 Prozent. Nur, dass die Regierung dann auch noch ein Vorkaufsrecht haben will. Das heißt, den Preisunterschied, den könnte sie dann selber sich einschieben. Und bis jetzt ist das Ganze noch nicht durch. Doch, aber dass man da jetzt so ein richtiges Verfahren draus machen will aus dem Ganzen und dass man das gesetzlich regeln will auch, das kann schon heißen, dass es solche Rückkaufprogramme jetzt eben öfter gibt in Zukunft. Vielleicht nicht unbedingt bei Look Oil, weil man darf ja eins auch nicht vergessen. Bei Look Oil, da ist letzte Woche jetzt schon der vierte hochrangige Manager umgekommen, unter sehr seltsamen Umständen. Und Look Oil ist ein privater Konzern und sie haben den Ukraine-Krieg auch kritisiert am Anfang. Und jetzt stecken sie schon ziemlich in der Klemme, glaube ich. Im Westen werden sie mit Sanktionen belegt. Und wie es da aber in Russland mit denen weitergeht, das ist auch schwer zu sagen natürlich. Aber grundsätzlich, wenn man eben Originalaktien hat von solchen ADA-Unternehmen, dann ist es schon wichtig, dass man das jetzt weiß, dass man das eben auch im Auge hat, dass man das verfolgt, weil es kann eben sein, dass es für andere Aktien jetzt auch solche Rückkaufangebote gibt, früher oder später. Und wenn man dann noch die ADAs aber hat, dann ist es eben sehr wahrscheinlich, dass der ADA-Anbieter, dass der diese Angebote dann auch wahrnimmt und das Ganze dann versilbert. Gut, und dann gibt es jetzt aber natürlich nicht nur die ADAs, sondern es gibt ja auch richtige russische Aktien. Die, die Geschäft haben in Russland, aber die ihren Sitz haben im Ausland. Und die sind meistens ja auch vom Handel ausgesetzt worden. Das Problem waren also jetzt nicht nur die ADAs an sich. Ein gutes Beispiel für sowas ist Vion oder früher Wimpelkomm. Die haben ihren Sitz in Amsterdam und da hat man sie an der Euronext auch die ganze Zeit handeln können. Aber in Deutschland, da kann man sie seit zwei Jahren nicht mehr handeln, obwohl sie jetzt inzwischen gar kein Russlandgeschäft mehr haben. Es ist völlig absurd, weil das Russlandgeschäft, das haben sie nämlich inzwischen verkauft für 2,2 Milliarden Dollar. Es war ein schlechtes Geschäft und die Hälfte vom Umsatz ist jetzt auch weg, aber die Anleger waren natürlich trotzdem erleichtert. Und vom Tief 2022, da sind sie inzwischen um mehr als 200 Prozent wieder gestiegen. Das sind die ADAs in New York, die kann man auch noch handeln. Und daran sieht man eben schon, das Problem sind nicht unbedingt die Unternehmen selber, weil die versuchen ja oft, dass sie das Ganze irgendwie lösen im Sinne der Aktionäre. Sondern das Problem sind einfach oft auch die Börsen hier, die entscheiden willkürlich, was russisch ist und was nicht. Polymetal, die waren in Deutschland auch sofort ausgesetzt. In London waren sie noch handelbar dann eine Zeit und dann sind sie aber vor ein paar Monaten von London weg und nach Astana an die Börse in Kasachstan gegangen. Da wollen sie sich jetzt auch entflechten und die Goldminen, die sie haben in Russland, die verkaufen sie jetzt auch für 3,7 Milliarden Dollar. Jetzt haben sie noch ihre Minen in Kasachstan und man kann nur hoffen, dass die Aktie irgendwann mal wieder zu uns zurückkommt. Ich habe Polymetal hier auch immer wieder mal behandelt und auch da war es so, man hätte ja die Aktien relativ leicht noch auf einen Broker übertragen können in Kasachstan, zum Beispiel zu Freedom Finance oder zur Harleck Bank, wo man die dann auch noch hätte handeln können. Aber wenn man die in Deutschland gekauft hat, die Aktien, dann sind sie eben gesperrt gewesen, meines Wissens. Und dann haben wir noch den bekanntesten Fall. Yandex, ein großer Internetkonzern. Russlands Google hat man immer gesagt. Da ist es wieder ganz anders gelaufen. Der Hauptsitz ist auch da in Holland. Trotzdem waren sie überall sofort vom Handel dann ausgesetzt. Und jetzt vor ein paar Wochen, da haben sie es dann aber geschafft, dass sie eben auch ihr Russlandgeschäft verkaufen für 5,2 Milliarden Dollar an ein russisches Konsortium. Der Preis ist natürlich ein absoluter Witz, aber diese 5,2 Milliarden Dollar, die haben sie jetzt wenigstens gerettet für ihre Aktionäre. Man kann die Aktie trotzdem nicht handeln, aber sie haben von der Nasdaq wenigstens mal die Zusage bekommen, dass sie nicht delistet werden. Da, glaube ich, ist die Chance halbwegs hoch, dass die Aktie irgendwann mal wieder zurückkommt. Und bei Kiwi, das ist ein Bezahldienstleister, so ähnlich wie Paypal, da ist der Fall ähnlich. Die haben eben auch ihr Russlandgeschäft verkauft und die könnten auch wieder zurückkommen. Kiwi hat aber anscheinend auch operativ gerade ziemliche Probleme. Ist alles nicht schön, das Ganze ist völlig klar. Aber man muss eben trotzdem sagen, obwohl alles gesperrt ist und ausgesetzt ist und obwohl wir die Sanktionen haben und obwohl wir den Krieg haben und Russland und der Westen sicher auch spinnefeind sind, aber viele russische Unternehmen versuchen trotzdem, dass sie retten, was zu retten ist. Das muss man ihnen, glaube ich, wirklich mal lassen. Und darum muss man vielleicht auf die Hoffnung als Aktionär auch nicht ganz aufgeben. Die Broker, hört man, die buchen ja diese russischen ADRs angeblich zum Teil ja wertlos jetzt einfach aus. Das habe ich auch von der SDK. Und der eine oder andere Anleger, der denkt sich dann wahrscheinlich, naja gut, was soll's, ist auch schon egal. Aber gegen sowas sollte man unbedingt Widerspruch einlegen. Es sei denn, man will da jetzt bloß noch irgendwie den Verlust steuerlich geltend machen. Aber eine wertlose Ausbuchung und dass die da vorgenommen werden, das zeigt eigentlich wieder mal nur, dass die Broker von der Sache hin und vor keine Ahnung haben oder eben auch keine Ahnung haben wollen. Weil hinter den ADRs und hinter den Aktien auch, da stehen natürlich noch Ansprüche und da steht auch noch ein Wert. Auch wenn man im Moment vielleicht nichts davon hat, aber das kann sich eben auch wieder ändern. Und dazu empfehle ich Ihnen eben auch nochmal den Newsletter von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Ich tue Ihnen den Link hier auch nochmal hier unter mein Video. Dass sich jetzt politisch was ändert in der Situation, danach sieht es im Moment leider nicht aus zurzeit. Die Tragödie geht immer weiter. Aber wie gesagt, wir haben ja immer noch Superwahljahr. Auch in den USA. Und Donald Trump hat gesagt, er kann den Ukraine-Krieg beenden in einem Tag. Wie genau er das machen wird, das weiß man noch nicht. Viktor Orban hat jetzt gesagt, dass Donald Trump ihm gesteckt hätte. Er würde der Ukraine einfach kein Geld mehr geben. Keinen Penny mehr. Aber auf der anderen Seite hat er eben auch schon mal gesagt, er hätte F-22 Kampfjets beflaggen lassen mit chinesischen Flaggen und damit dann aus Russland die Scheiße rausgebombt. Man kann also wahrscheinlich sagen über ihn, die genaue Strategie, die er hat, die steht noch nicht zu 100% fest. Aber wer weiß, vielleicht kriegen sie ja das Geld für ihre Russland-Aktien von Donald Trump höchstpersönlich zurück am ersten Tag nach seinem Amtsamtritt. Aber nur, wenn sie vorher ihren NATO-Beitritt bezahlt haben. Sonst gibt es selbstverständlich gar nichts. Also drücken wir uns da mal die Daumen. Und der amerikanische Wahlkampf, der tobt in Deutschland ja auch schon seit Monaten und inzwischen genauso hart wie in den USA oder vielleicht sogar noch härter. Und auch viel härter als unsere eigenen Wahlkämpfe. Zum Beispiel der jetzt für das EU-Parlament. Was soll das denn sein? Und viele Deutsche sind dann aber wahrscheinlich irgendwann mal schwer entsetzt, wenn sie im November dann merken, dass sie in den USA gar nicht mitwählen dürfen. Das wird uns alles auch noch beschäftigen. Mit Sicherheit bleiben wir dran an den harten und heißen Themen. Und vielleicht sind sie in Zukunft ja auch regelmäßig hier mit dabei. Zum Kanalabo geht es hier unten. Und abgesehen davon, wie gesagt, gibt es hier ja auch von mir regelmäßig die Hauspost. In der aktuellen Ausgabe geht es um Goldminenaktien. Gratis für Sie auf www.heinrichs-hauspost.de. Dann haben Sie jetzt auch gleich was Schönes zum Lesen. Bis bald. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön fürs Zuschauen.